hey freunde herzlich willkommen zurück zu tropic jump ihr seht das schon im titel dieses mal ein bisschen ernsteres thema wir sind hier in minecraft und ich möchte tropic jump vorerst zur stelle im titel steht irgendwas von wegen ja pausiert beendet ich will es eigentlich beenden aber dazu komme ich erst später tatsache ist ich will euch nichts vorlegen seit circa zwei monaten habe ich auf dieses projekt überhaupt keinen bock mehr das ist irgendwie ich habe mich immer nur gezwungen hier irgendwas aufzunehmen immer in der hoffnung dass ich vielleicht irgendwann wieder bock habe ich meine hier so viel potenzial und so weiter und gerade jetzt ist ja auch die 1.7 draußen die ich noch nicht habe aber die übelst genial finde als meiner lieblings updates bis jetzt und ja es gibt so viel zu tun und keine ahnung ich glaube das größte problem war dass ich immer so das ganze hier perfekt machen wollte und in der aufnahme über so viel überlegt hat ach und keine ahnung hey tropic jump macht mir irgendwie keinen spaß mehr ich will jetzt aber nicht einfach so durch prügeln und ihr habt dann immer nur so einen halb motivierten kommentator hier sitzen der einen auf motiviert macht der letzte part der nicht existiert wo ich das hier oben gebaut habe und so ein bisschen rum überlegt habe der existiert deswegen nicht weil ich extrem audio lags hatte danke an schusen dafür dass mir da wieder mal geholfen hat mich wieder mal aus dem sumpf gezogen hat jetzt sollte das nämlich etwas besser funktionieren hoffe ich jedenfalls naja hoffen kann man immer nicht wahr nein es sollte etwas besser jetzt funktionieren mit dem sound hoffe ich irgendwie tatsache ist aber droppig dump ne ich und droppig jump nicht so ich mache da lieber mein minecraft mein mega projekt das hat mir so viel spaß gemacht aber dieses ganze droppig jump nebenher das war immer so war irgendwie nicht so da hat das gelbe vom 1 ja ich möchte das jetzt hier nicht beenden sage ich mal weil der traum von dieser map und die ganzen ideen die ich habe die bestehen leiter hin ich werde das vielleicht auf screen vielleicht im live stream vielleicht irgendwann anders mal weiter bauen vielleicht nächstes jahr wenn ich mit der zeit habe geplant war nämlich auch dass ich im november jeden tag ganz 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 viel davon hochlade dass ich die map quasi durch prügel aber ganz im ernst nachdem dann auch noch der letzte part abgekackt ist und ich da auch richtig gemerkt habe ich mich zwingen musste dass die aufnahme gut wird nee da mache ich lieber andere sachen zum beispiel wird heute abend ein neues projekt kommen mit dem ich mal was ausprobieren will und so und ich weiß nicht es ist einfach nein ich will ich will kein projekt machen mit dem ich nur so halb spaß haben dem ich nur so halb zufrieden bin dann mache ich doch lieber irgendwas worauf ich richtig bock habe und sage ja leute die map wird irgendwann fertig sein das kann ich euch vielleicht hier an dieser stelle besprechen irgendwann baue ich tropic jump noch mal fertig aber momentan ist nicht die zeit dafür ich habe viel zu viel spaß an normalen single player bauen oder multiplayer wie viele biest da ist in meiner idee von youtube momentan hat war kein kein tropic jump drin und ich will mich nicht zwingen irgendwas aufzunehmen danke für eure verständnis freut euch ab das neue projekt heute abend und ja an alle die das projekt hier gemocht haben wo ich sehe gerade ich habe den bildschirm fast aufgenommen hier das steuerkreuz ist nicht da und meine items weg egal ja an alle die das projekt gemocht haben freut euch darauf diese map wird irgendwann kommen schmeißt es nicht weg oder so ich werde es auch nicht veröffentlichen sie wird einfach lagern und ruhen und reifen sage ich mal und ja irgendwann ist die zeit gekommen für tropic jump und dann wird auch wieder was davon kommen aber momentan möchte ich das aus meiner idee von youtube etwas verbannen und mir die zeit freihalten für andere coole projekte die ich so im kopf habe ja also soviel dazu vielen dank fürs zu sehen und man sieht sich in den ganzen anderen projekten die ich momentan auch so auf youtube führe tschüss